Medikamente, COPD, inwieweit gibt es da wieder Entwicklung, inwieweit ist es auch, sag ich mal, für die Betroffenen wichtig zu wissen, was es für Entwicklungen gibt? Es ist sicherlich so, dass auch über die Selbsthilfegruppe die Betroffenen sehr vielfältig informiert werden, auch über das, was in der Literatur schon an Neuentwicklungen letztlich in der Pipeline ist. Entscheidend ist aber sicherlich, dass neben dem Wissen darum, so wie ich es in dem Vortrag ja auch gezeigt habe, dass die Industrie und die forscht ja im Wesentlichen, dass da vieles unterwegs ist. Aber wichtig ist, glaube ich, auch in der Beurteilung am Ende, dass der Lungenfacharzt zusammen mit dem Patienten dann auch die Sinnhaftigkeit bezüglich einzelner Therapieverfahren dann auch erläutert. Und auch erklärt, warum vielleicht die eine Therapie gar nicht für den Patienten so sehr geeignet ist oder eine andere eben viel besser ist. Das heißt, es ist interessant zu wissen, was es alles in der Zukunft gibt. Das macht einen nicht dümmer. Aber entscheidend ist, dass der Lungenfacharzt um die genauen Einsatzbereiche dieser Medikamente informiert ist, Bescheid weiß und das individuell genau anpassen kann. Das ist aus meiner Sicht wichtig, dass also der Lungenfacharzt auf dem neuesten Stand auch dieser Entwicklung ist. Weil, wie Sie gesehen haben, es gibt viele Medikamente, die auch in den Studien sind. Und wir wissen aus der Industrie, dass häufig auch viele Dinge, die erst verheißungsvoll waren, am Ende dann doch nicht in den klinischen Einsatz gekommen sind, weil plötzlich doch Nebenwirkungen aufgetreten sind. Und gerade in den Studien dann sich gezeigt hat, dass die Präparate doch nicht so geeignet gewesen sind. Obwohl das Wirkprofil vielleicht für die Bronchien gut war, aber die Nebenwirkungen einfach nicht toleriert werden konnten. Ja, wie wichtig sind solche Studien? Also solche Studien sind extrem wichtig. Wir sehen das ja momentan auch an der ganzen Diskussion um Impfstoffe. Wobei man sagen muss, es gibt kaum ein Medikament, was in einer breiteren Fläche auch vorab auch in Studien untersucht worden ist, wie derartige Impfstoffe. Und wir wissen auch, dass gerade die Medikamente zur Behandlung der COPD in großen Studien mit großen Patientenzahlen untersucht worden sind, sodass da schon eine relativ große Sicherheit ist. Aber da wir wissen, dass gerade die COPD-Patienten häufig Begleiterkrankungen haben, und da habe ich bei den letzten Symposien ja auch mehrmals drüber referieren dürfen, und gerade diese Begleiterkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gefäßerkrankungen, Zuckererkrankungen, sind natürlich etwas, was man bei der Behandlung mit neuen Medikamenten mit berücksichtigen muss. Wie ist der Einfluss solcher neuen Substanzen auf derartige Begleiterkrankungen? Können Herzrhythmusstörungen auftreten? Wir kennen das ja alle, dass gerade auch Inhalativa, Beta-Mimetika, bei Patienten, die empfindlich sind, sehr schnell auch mal Herz stolpern oder schnellen Puls verursachen können. Und da ist es ganz wichtig, dass man nicht durch eine Verbesserung der bronchialen Situation am Ende eine Verschlechterung einer begleitenden Herzerkrankung oder des Blutdrucks hat. Also immer eine Frage des Abwägens? Es ist ein Abwägen, denn wenn wir mal schauen, wie viele Medikamente oft auch COPD-Patienten einnehmen, gerade Patienten mit schwerer COPD, die noch Begleiterkrankungen wie Zucker, hohen Blutdruck, koronare Herzerkrankungen haben, da sieht man ja, wie viele Medikamenten dann häufig schon im Medikamentenschächtelchen sind. Und da ist es wichtig, dass man einmal um diese Interaktionen der Medikamente weiß und auch wirklich Medikamente aussucht, die untereinander gut verträglich sind und nicht unter Umständen auch Wirkungen anderer Medikamente aufheben oder aber möglicherweise noch potenzieren. Mal ganz allgemein gefragt, Medikamente, COPD, können Medikamente, COPD heilen? Können Sie sie lindern oder den Zustand halten? Wie würden Sie das beschreiben? Also das Ziel ist wirklich die Symptomlinderung, Symptomverbesserung. Wir können die COPD, und das sagt ja schon der Name, chronisch obstruktive pulmonary disease, auf Englisch das PD, es ist eine chronische Erkrankung, eine chronische Entzündung und bislang können wir das, was quasi durch die chronische Entzündung ausgelöst worden ist, nämlich die Verengung der Bronchien, die Entzündung der Bronchien, können wir mit den Medikamenten versuchen zu beeinflussen, dass wir das Ausmaß mildern, aber wir können bislang nicht diese COPD als chronische Erkrankung quasi stoppen, so wie wir ein Feuer komplett löschen können, sondern es schwelt immer irgendwie weiter und wir müssen immer aufpassen, dass aus diesem Schwelbrand nicht wieder ein akuter, lodernder Brand wird. Und das ist bei der COPD wichtig, weil immer wieder, wenn die COPD aufflackert, dann kommt es zu einer Verschlechterung auch des Krankheitsverlaufs und der Prognose. Also das heißt, momentan bewegen wir uns immer noch in einer Situation, wo wir versuchen, diese chronische Erkrankung in Schranken zu halten und da, wo noch Entzündung ist, die man beeinflussen kann, diese zu reduzieren. Aber wir bekommen es nicht ganz weg. Und das Ziel der Forschung ist sicherlich, da anzusetzen, dass wir einen Punkt finden, wo können wir diesen Entzündungsprozess und den Alterungsprozess, der durch die Entzündung auch bewirkt wird, zum Stoppen bringen. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Wie konkret, wenn Sie von Zukunftsmusik sprechen, wie konkret sind denn da Forschungen, dass man da vielleicht auch ein bisschen Hoffnung haben kann? Also die Forschungsansätze beziehen sich im Wesentlichen natürlich auch erstmal in einzelnen Bereichen auch auf Tiermodelle, dann auf erste Untersuchungen auch in Phase-1-Studien. Aber wir sind jetzt noch nicht so weit, zumindest kann ich das nicht aus meiner Erfahrung jetzt sagen, dass wir schon Medikamente direkt im Einsatz hätten oder in der Erprobung bei uns hätten, die halt in diesem Bereich quasi schon wirken würden, dass wir einen Ansatz hätten, dass wir die COPD ganz zum Stillstand bringen können. Wenn jetzt hier jemand relativ frisch die Diagnose COPD bekommt, was würden Sie ihm sagen, wie gut können Sie ihm helfen? Also wir können ihm gut helfen, dadurch, dass wir nicht nur seine Symptome als solches sehen und ihm ein Inhalativum verschreiben, sondern COPD-Behandlung bedeutet umfassende Behandlung, nämlich auch unter Umständen Lebensstiländerung, auch eine gewisse Änderung der Ernährung, dass man Gewicht abnimmt, weil man weiß, mit Übergewicht ist es eher ungünstig, auch für die Atemsituation. Wir müssen sehen, dass wir Bewegungstherapie mit hineinbringen und dadurch die Patienten zu mehr Aktivität bringen, dass sie keinen Muskelverlust haben. Das sind alles Dinge, die in diese Behandlung mit einfließen. Und deshalb ist ja auch gerade in den internationalen, auch nationalen Empfehlungen, die erste Stufe der COPD-Behandlung immer gekoppelt und auch die weiteren Stufen immer mit einer rehabilitativen Therapie, mit einer Bewegungstherapie, dass wir den Patienten sagen, sie sollen einer Lungensportgruppe sich anschließen, damit all diese Dinge sinnvoll kombiniert behandelt werden. Und wenn jemand eben gerade in der frühen Phase eine COPD im Stadium 1 diagnostiziert bekommt, dann muss man ihm natürlich sagen und auch nachfragen, was sind die Risikofaktoren und was kann ich persönlich dazu tun, meine Risikofaktoren zu minimieren. Und es ist immer noch so, dass das Rauchen mit der Hauptrisikofaktor ist. Und derjenige, der in der frühen Phase kommt mit bronchitischen Symptomen und schon die ersten Einschränkungen in der Lungenfunktion hat und noch raucht, da ist der Rauchstopp das Allerwichtigste. Weil da kann man wirklich kausal ansetzen, damit nicht noch mehr Öl in das vorhin schon benannte Feuer gegossen wird. Ja, wie schätzen Sie das ein? Wie ist die Möglichkeit, mich zu informieren? Sie haben es ja auch in Ihrem Vortrag genannt, es gibt die Atemlieger, es gibt Selbsthilfegruppen. Wie gut kann ich mich informieren? Also wichtig ist, wenn ich selbst den Zugang vielleicht zu diesen Homepages nicht habe, das kann auf jeden Fall der Lungenfacharzt und auch der Hausarzt. Ich denke, die Hausärzte sind auch in den sogenannten Disease Management Programmen mit involviert. Da erzählen wir auch den Hausärzten etwas über COPD, damit sie das in den Gruppen mit den Patienten auch weitertragen können. Das heißt, der Hausarzt ist schon mal ein Ansprechpartner, der Informationsmaterial hat, auch in Form von Broschüren. Da muss man sagen, auch die Industrie bietet sehr informelle Broschüren, die also sicherlich zwar auch eine gewisse Werbung machen, aber inhaltlich, denke ich, steht da nichts Falsches drin, sondern viel Gutes, was man auch sehr leicht verständlich lesen kann. Und dann natürlich die Informationen, die man dann über den Hausarzt oder dann speziell den Lungenfacharzt bekommt, der einen dann auf die Homepage von der Selbsthilfegruppe verweist oder aber auch den Patienten zeigt, aha, da gibt es die Homepage von der Atemwegsliga, wo also wirklich diese informellen Videoclips sind, die einmal nochmal die Medikamente auch erklären und zeigen, wie inhaliere ich richtig. Denn das ist ja ganz entscheidend, dass das Medikament auch wirklich dahin kommt, wo es seine Wirkung entfalten soll. Und das mache ich eben auch immer bei Patienten, die ein neues Inhalativum bekommen oder wo man einfach das Device ändert, dass ich dann mit denen anhand dieses Films das durchgehe und es denen zeige, damit man also nicht nur einmal das Medikament verordnet, sondern auch den Patienten geschult hat, wie er mit diesem Medikament richtig umgeht. Dr. Westhoff, vielen Dank für das Interview. Bitte sehr.